so, Teppich, so, weg, hier ans Gitter, so, jetzt hält er sich, mit Maske ist das meine Sache, da fällt er mal gerne ab, so, na scheiße, ich dachte, ich wollte gerade X loslassen, aber ich glaube, ich wäre eh runtergefallen, von daher, so, Teppich, los ist los, zuck, kaputt, oh, fuck, ich wollte gerade noch Doppelsprung, X, nochmal, da war es schon nicht in einem höchsten Punkt, so, das machen wir gleich nochmal, weil ich den Teppich da oben, ne, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen Zeit lassen, so, jetzt erst aktivieren, jetzt ist der Teppich nämlich genau auf der richtigen Position, so, Kiste, hoch, genau, so ist es, jetzt kommt der Teppich, das ist es, lass mich durch, Tante, so, anderes Gitter, nein, oh, das ist die Scheiße, er fällt immer sehr oft vom Gitter ab, so, dann geht durch, weg mit dem Vieh, runter, über die Kiste hochspringen, geht, sehr gut, tschüss, Maske, jetzt dieses Karambolagen-Ding hier, ne, hier muss man so schnell wie Möppich hoch, so, nochmal, 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 und dann ist es, da geht's, langsam hier rüber, folgt es, Teppich, mach hin, gib lass mein Teppich, ja, du scheiße, Teppich, so, langsam, was ist das? Ach, das haben wir wieder nicht, oder? Nein, fuck, man, diese Teppiche, die regen mich echt auf, muss ich sagen, Weil, ja, die, die teilen einfach am Ende, besonders, besonders am Ende, immer da diese Kacke, ne, das ist ziemlich schwer, also, man muss echt mal ein bisschen Glück haben, nicht so jetzt wie ich hier, voll dagegen, Ja, also, nee, zu viel Zeit, warten, 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 jetzt, wenn der Otto da geworfen hat, am besten, So, Kiste, zack, zack, hoch, aufbrechen, Sprung, doppelt, rüber, zack, auf, übers Feuer, und nicht in den Graben, warum spiel, dieser Analog-Six, so ungenau, man, oh, man, oh, man, Gott, ich bin schon wieder an, ey, nur, scheiße, ja, warum denn nicht, ich war zwar schon längst drauf, glaube ich, aber, ja, jetzt habe ich mir auch voll nicht aufs Timing geachtet, super, oh, man, ey, dieses Level, das, die, die Arbien Level mag ich nicht, ey, so, jetzt, fragt die arabischen Level wirklich nicht, deswegen, nur wegen, nur aus diesem Grund, der Grund reicht vollkommen aus, um, diese Level nicht zu mögen, so, Teppich, machen wir uns dann, so, weg, ans Gitter, nicht abfallen, muss man so eine halbe Sekunde warten, so, weg mit den Viechern, wieder dran, so, zack, zack, und weg, schnell, 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 oh, nein, so, gut, hoch, nein, oh, schon wieder komplett versaut, den Level, das ist die Scheiße, wirklich, man muss, oh, es muss alles stimmen, ey, das ist wirklich, weißt du, ich habe schon gleich keinen Bock mehr, wegen, ja, das ist einfach ein scheiß Level ist, ich habe schon wieder verkackt, ich achte einfach nicht mehr auf diese verfickte Timing-Scheiße, das kotzt mich an, so, jetzt ist da auch noch mal vorne gerutscht, warum auch immer, ey, man, ey, als wenn ich schon genug Scheiße passieren würde, so, das ist doch mal gut, ja, warum auch immer, ich hoffe, man, ich hoffe, man, ich hoffe, das ist noch gut, sieht man wieder, hätte ich diesen Spiel nicht verkackt, wäre das wieder funktioniert, das ist die Scheiße, alles muss stimmen, alles, bis auf den letzten Krümel muss dieses, äh, dieses, ja, toll, hab deinen Spaß, na, ich hab doch den Doppelsprung, hä, Moment mal, ich hatte keine Uhr, ich bin das jetzt mal ohne Bazooka, das ist ein bisschen leichter, so, direkt, los, so, vielleicht ja, wieder so, so, hoch, hoch, vier Sekunden, weg, durch, durch, dran, weg, 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 weg Fress! Mein... So... Weg! Hau ab die Kiste! So, tschüss! Oh... Mann, Mann, Mann! Der Teppich ist dummer, Mann, ey! Also, wir sind synchron mit meinen Spielfalten. So, dran. Ja! Das meine ich! Wir sind natürlich synchron am Ende, ne? Also... Das ist abzusehen. So, jetzt haben wir natürlich hier voll in falschen Zeitpunkt angepasst, ne? Warum auch nicht? Also... So, gehe ich mal hier Vollspeed. Warum kommt er da nicht hoch? Ich versteh's nicht. Ich bin so oft da schon so hoch gekommen. Mann, ey! Das Level bringt einen wirklich mal zum Kochen, ne? Ey! Dann machen wir's eben auf die altmodische Tour. Warten, bis der Knie nicht wirft. So, zack, los geht's! Wohl, wir werden's eh wieder verkacken. Ich seh's jetzt schon. So! Gib mal voll das! Diese Tante muss weg! So, dran! Dann die ganzen Viecher weg! Das Ding so wirklich voll mit Kacke, ey! Lauter Mund, Fettmänner und... Geister und... Nein! So, warte, warte, warte! So! Teppich gut! So! Rüber! Zack! So! Schneller, schneller, schneller! So, jetzt bloß nicht verkacken! Hoch, 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 hoch! So, schneller, schneller, schneller! Los, das ist auf, ab! Scheiße! Hier so spät! Sag, die... Teppiche! Stürmen! Scheiße! Mann! Verdammt, die waren doch fast, ey! Mann, ey! Nochmal! Das ist bei uns! So! Jetzt läuft's gar nicht mal so schlecht! Weg! So! Weg! Weg! Der Teppich! Okay! Der Teppich ist okay! Der Teppich ist okay! Der Teppich sogar sehr gut! Gut, könnte vielleicht klappen, wenn wir jetzt nicht allzu große Scheiße wieder bauen. Ich kenne aber meine Tollpartie gerade. So, kaputt, hoch und voll was. Ist ne La, ist ne La, ist ne La, ich habe noch mehr zu tun. So, dran. Scheiße, Teppich. Boah, schmiert so langsam, ich krieg die Krise. Ganz ehrlich, diese Teppiche da, ne? Oh, meine Fresse. So. Ey, diese Teppiche, die versauen einem wirklich alles. Ich weiß nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Wie hab ich das denn geschafft? Diese Teppiche, die versauen einem wirklich alles. Aber wirklich alles. Meine Herren, ey, diese Teppiche am Ende. Diese zwei, nur diese zwei. Die versauen einem den ganzen Lauf. Die mir können hier, nur die Zeppiche. Die ihr sweepstript. So. So. Rüber, hoch, zack. So, hoch. So. Tolle. Durch. Rüber, 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 schnell, schnell, schnell. Hopp, hopp, hopp. Schnell, 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 schnell. Kisten, Teppich. Oh, komm, 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 das schwimmen wir jetzt. Nee. Ja, Ladin. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Gut, wir haben den Warboom auch. So. Das war eine Schwergeburt. Ja, Hightime ist wirklich ein Level, wo man wirklich auf der höchsten Zeit der Konzentration und so sein muss. Ansonsten würde ich das schon mal gern schoren. Weiter geht's mit dem Level, äh, wie hieß der? Warte, wir speichern, glaube ich, nochmal. Ja, natürlich, speichern wir nochmal. Da, 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 da. Übrigens, die Platin-Relikte geben, glaube ich, kein Prozentsatz. So, speichern wir den, ja, doch, ich speichern den nochmal drauf. Äh, es gibt nur Prozentsatz, wenn ihr ein Relikt holt und, glaube ich, wenn ihr nochmal Gold holt. Der Platin gibt's kein zulässt Prozentsatz, ich kenn's mich aber auch vertunen. Deswegen, sorry. So, Levelwechsel, ich schicke, Swing City, ja. Das ist auch wie so ein Level, glaube ich, wo man mir alles, mach, meine Fresse. Ah, das ist der speziale Level, gut. Und zwar hier hinten. Oh, ich würde mir gerne noch das Leben holen. Das mache ich, glaube ich, auch. So, wir haben das Leben und jetzt beginnen wir auch nochmal neu. Ich wollte einfach nur das Leben machen. Ja, ich bin ein Dieb. So. Schießen. Wenn die drei Sekunden da sind, sofort los. Ne, wir haben acht Wunderstöger für gebraucht. So. Zack. Jetzt so schmarr wie wirklich. Nehmt Arsch hier links vorbei, euch passiert nichts. Und diese Türen, die wird euch noch behindern, auf drei. Fuck it. Dann hätten wir springen müssen. Diese Türen in dem Level, die sind tückisch. Also, man muss wirklich Glück haben. Und ja, so wie ich jetzt zum Beispiel nicht die Kisten jetzt drücken, während ihr, ja. So, jetzt. Oh, direkt bei 0,0. Das ist nochmal sehenswürdig. Perfektes Timing auf die hundertste. So. So. Oh, 10, 16, 16 Jahre vergangen. Okay, wo geht's? Wie gesagt, hier immer links. Und passiert da wirklich nichts. Oh, jetzt, was die Tür noch aufging. Fast perfekt getimt. Aber rückend nur fast. So. So. Und jetzt mit Vollgas. Nein. Steh jetzt nicht, schnell. Ach, die Scheiß-Tür, auf. So. So, jetzt müssen wir uns überbeilen. Ja, die Tür ist auf. Dann los geht's. Okay, das war gut. Das war schnell und gut. Deswegen geht's auch gleich weiter. Das heißt, die Tür ist weg. Als müsste diese Pforte kommen. Genau, die hält nämlich auf. Die können durch noch ein bisschen schneller gehen. Los, 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 los. Auch rein hier, so. Jetzt haben wir zwar keine drei Massenauflechtschaft, aber so. 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 Wenig irgendwie blöd. Wenig irgendwie voll besoffen oder so. Oh. Oh Mann, oh Mann. Äh. Ich hab mich extra drauf konzentriert und dann sowas, äh. Ey, hier muss ich jetzt mal mit klarkommen. Ich bin, ich bin nicht ins Ziel gesprungen. Meine Füße. Ich bin nicht ins Ziel gesprungen. Ja, komm ich gleich auf. Klar, das kann ich gleich verkraften, äh. Das ist so demütigend. Alter, Scheiß. Gut, die Tür ist auf. Die würde sich jetzt so gehen. Perfekto. Äh. Fakt, wir hätten es fast geschafft. Das ist eine Abkürzung. So. Schluss. Das ist eine Abkürzung. Das könnte durchaus funktionieren, wenn man ein bisschen zielt. Könnte man da rüber segeln. Das war, glaube ich, eine Menge Zeit. So. Zeit. Oder? Die Tür ist auf. Also wird sich jetzt so gehen. Komm, geh auf, geh auf. Perfekt. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Perfekt. Geht's aber Vollgas. Jetzt aber Vollgas. Ja. Perfekt. Jetzt schaffen wir's. Ach, das ist schon so gut. So, jetzt müssen wir nur noch Vollgas geben. Und der Otto kommt immer weg. So, jetzt ist noch Vollgas. Ey, aber ich bin nicht ins Ziel gesprungen, ey. Ich glaub's nicht. Aber ich denke mal, jetzt kriegen wir Platin. Weil wir sind echt gut in der Zeit. Das Türtiming ist perfekt. Und genau. So, die Tür umgehen wir jetzt so. Perfektor. Gehen wir auf. Alles klar. Dann machen wir jetzt hier die Kisten kaputt. Schliesschen. So, Platin. Ja, okay. Das war ein wenig süß. Okay, gut. Na, Bestzeit, obwohl wir scheiße gebaut haben. Na, ja. So. Den Level hätten wir dann auch schauen. Und dann kommt jetzt. Tomb. Water. Tomb. Water. Tomb. Level 20. Wenn wir das dann. So, perfekt. Und nachdem wir machen, ich glaub, dass wir wieder einen Cut. Weil wir haben schon wieder ganz schlimm viel aufgenommen. So. Auf Wiedersehen. Scheiß. Mückenstech. So. Wasser ist unten. Perfekt. Perfekt. Perfekt ist da. Jetzt geht's Wasser runter. Waschen mal hier durch. So. Tschüss. Und weiter geht's. So. Och meins. Hier müssen wir wirklich jetzt warten. So. Hier müssen wir wirklich jetzt warten. Denn gleich kommt der Magic-Bereich Nämlich der mit 3 Nein, scheiße Gut, nochmal, so, weg Und nochmal So Fuck Mann, ey Mann, das kann doch einmal ruhig funktionieren Was ich will Ohne Scheiße Geht doch Kann doch auch alles funktionieren So Tschüss Warten So Auf Wurz-Gurke-Richt hier So, weiter geht's Da-da-da So, ich weiß es 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 Was ich verabschied пот